fragen wie viel holz hast du eigentlich momentan 41 oakwood also die stämme ja das sollte glaube ich reichen ja für den großen dropper nein ach gott stimmt jetzt haben wir die anderen ja auch schon frei nein es hilft nichts das ist so hoch das war nicht cool ich habe mich durchgepackt das sieht auch ein Artificial Hive hm Wir kommen gleich noch zu sehen, ja. ach komm dein ernst ich hab mich doch noch creative geschaltet hey jeter ja was kann ich dafür wenn ich durchbarke ich bräuchte noch sieben stämme glaub ich sieben hol dir doch alles du hast schon sieben stämme ja august hast du noch sieben stämme zufällig ja ich bin hier gerade holz ach so richtig ich hatte ganz schön viel zeug dabei 6 stämme ist gut ich habe noch 41 gefunden dann machen wir schon mal ebenso noch 41 baumstämme in der kiste rumliegen haben gut einmal besser barrel java java und struktural mark one mann es kotzt mich an holz und säune gut es reicht sogar exakt glaube ich jawoll die zäune waren außen das letzte war storage upgrade storage upgrade ja 2 rounds und 2 pistons äh nein weil wir können restaurant haben genau brauche ich noch müssen uns wirklich da dran setzen wie frustrierend das halt ist darunter zu fallen eine writing pick wir haben doch jetzt bestimmt genug um irgendwie so ein eisenkopf zu gießen ja das wäre cool was sollte man da eigentlich für eine tool rod nehmen ähm komm mal da hast du irgendwo materials in the room liegen ja ja aber da steht ja bloß das zeug von äh das weiße also das hellbeige na da steht ja weniger drin in dem hellbeigen ne da steht ja nur gritze drin und interessante gritze ne eben nicht ne eben doch das ist das braune materials in the room genau aber da steht auch nicht viel mehr drin stimmt dann war es das rote ja und die ist gerade so kaputt egal mach dir halt ne andere ich hab halt schon ne andere deswegen mach ich die jetzt auch kaputt die pick of misfortune ja die ist jetzt kaputt na egal 19 sollten reichen vielleicht die ist aber muss groß bisschen oh ne nicht schon wieder so einer deswegen finde ich für solche plantagen ja ja birken am praktischsten 19 reicht eigentlich lange nicht ach so du bist nur okay ach ja was ne ist alles gut nein ich will es zu wissen ja frank ist so am verzeifeln aber wie kann man so blöd wachsen wie gesagt da wären jetzt birken echt praktisch ja so nochmal redstone kam aus gravel ne mir ist nein der ich glaube schon also in direwolf hatten die auf einmal irgendwo redstone her und das war vor unserer stage eigentlich das steht im rezept nicht drin das steht im rezept nicht drin ne leider steht das nicht drin ne leider steht das nicht drin doch nicht bäh huch ja ich mach mir mal mit iron irgendwie was ne ja ich meine es ist redstone lust also würde doch eigentlich sand mehr sinn machen egal probiere ich meinen gravel durch oh der schleimbau ist gewachsen hinterplatz habe ich nicht wie viel braucht man da von dem zeug wovon um den pickaxe kopf zu gießen oder einfach so eins nur eins ok da kam viel raus ne ich mein jetzt zum beispiel iron oder dust wie viel gibt es ähm das müsste auch einen ingot geben ein ingot sind 144 meine ich äh wenn dich das schmelz hm alter ernsthaft überall die großen bäume jetzt dann krieg ich zwei ingots und da krieg ich zwei und achtsischen achtsischen scheiß drauf wird jetzt einfach kaputt gegossen gut ja wir brauchen ja eh noch bars weil der eiseneimer ist auch ne ich hab schule boah guck dir diese sauerei an ne alles alles voll gewachsen boah eggs of the stream wäre schon geil jetzt ja ja farmclub haben wir nur noch nicht war einfach ne sichel das geht doch auch oder nicht sichel gibt es sowas hier äh ja glaub schon na flugs infuse sickle gibt es da war aber noch was anderes aber in was sie können ne so ein tinkersting gab es auch noch also wir müssen halt durch switchen mal versuchen auch das letztlich ähm klickedi klicke oder glaub das ist fürs feld warte mal ich habe jetzt buch dabei äh ne die scythe war das glaub ich attacks harvests are 3x3 area also ich schätze schon dass das die dafür ab ist ich mein die scythe wärs gewesen ja scythe scythe keine ahnung ich bin schlecht in englisch naja what what das ist oh man guck mal jetzt sind sie wieder kleiner voll einer so was haben wir jetzt eigentlich so an quests offen ja wir können die 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 hier schon lasst uns hier das so ein thorn mit normakon sollte nicht schwer sein jetzt hätte es Dann hätten wir das Zuckerrohr gebraucht. Pist. Oder haben wir nicht sogar? Äh. Andersrum. Was briefen und ausbruch Chips. So und welchen Handle nehme ich da jetzt dazu? Pulverizer, okay. Gut, dann geht das auch nicht und Intervils Küche. Ach scheiße. Eine Saftpresse, eine Backware steht da. Und ne Mixing-Dingen. Ja, andersrum. Kann ich, wenn ich da jetzt schon Iron drin habe, trotzdem Gold aufgießen? Äh. Bei Eisen und Gold weiß ich nicht, also... Klar, wenn du das Schwenk noch rausnimmst, ja. Ne, vermischen tut sich's glaube ich nicht. Ne, Eisen und Gold nicht, aber Silber und Gold würde das zum Beispiel tun. Okay. Okay. Also wie kommt für uns denn? Ja, weil ich will Iron-Tool-Rod. Naja. Gießen wir halt Black Shite auf. So, dann das erste Mal regenerieren, dann haben wir wieder 12. Genau. Und wie krieg ich jetzt aus Stein eine Tool-Rod? Ähm. Hat man hier Two Stations, Dencil-Table... Im Part-Builder. Im Part... Okay. Dem zweiten. Und da brauchen wir das entsprechende... Äh, die hab ich schon, die Pattern. Pattern. Na, für den Stein daneben? Na, ich hab gar keinen Stein. Okay. Stein bräuch ich übrigens auch. Ice Clean Stone. Ja, hier hinten ist ein bisschen. Boah. Habt ihr mittlerweile eigentlich Redstone? Nein. Redstone kriegt ihr aus Staub raus. Aus Staub? Okay, hast du jetzt nachgesehen, oder wie? Ja, ich hab nachgesehen. Okay. Ich weiß nicht, ob noch aus was anderem, aber aus Staub auf jeden Fall. Wo muss der Staub hin? Ja, durchgepresst werden, durch das Gitter. Heeftor? Mega Bombe. Heeftor? Ja, durch den... Ja, durch den... Thief, ja. Thief, hm? Ah, möchte ich den Dieb durchdrücken. Heeftor? Äh, nicht ganz. Pulverized Gold Ore. Cool. Da kriegst du einiges raus, weil verschiedenes. Einfach durch den Baum durchstapeln. Ist ja unwichtig. Ist es auch. Okay, Iron-Ding hab ich schonmal. Ich bin mal kurz am Klo. Natürlich. Viel Spaß. Was? Viel Spaß. Und bring mir was mit. Ja, klar. Oh Mann. Ich sag da besser gar nichts mehr zu. Was denn, Andenken ist immer schön. Redstone. Oh, hast du was? Ich hab Redstone. Ja. Wie ein Geschehen. Eins. Ja, trotzdem wie ein Geschehen. Na ja. Ein Redstone muss reichen. Du musst jetzt einfach enthaltsam sein. Immer nur ein Körnchen nehmen für alles. Ja. Du... Ja, okay, passt. Das ist der Nachteil, wenn da so viel bei rauskommt. Die Schrauben sind geringe. Mhm. War nicht noch was? War nichts mehr. Okay. Gut, ein Redstone. Ja. Wrächt man sowas wie das gute alte ähm... Equivalent Exchange oder sowas. Das wär ganz cool. Aber viel zu unfair. Ja, klar. Ja, jetzt eigentlich mal auf ein paar Fackeln weg und hoffe, dass hier was bornt. Weil das ist nun wirklich was Einfaches. Zehn Knochen, Zehn Rottenfleisch. Das sagt der, der höchstwahrscheinlich jetzt gleich nach dieser Aussage von mehreren Skeletten in den Abgrund gejagt werden wird. Das ist unwahrscheinlich. So, dunkel genug, hoffe ich mal. Nein. Bezweifle es. Jetzt könnte dunkel genug sein. Mhm. Ja. So ein Skelett ist da schon, wenn ich einem Minimap trauen darf. Ja. Was ist denn Spende? Das ist so klein. Das ist so klein. Das ist so klein. Das ist so klein. Warum bleibst du gleich hinter dir denn bitte stehen? Weil dann die Sachen nicht so unterfallen. Juhu, Redstone. So ein Pullen und so. Ja. So, zwei Knochen. Du musst die Pfeile durchs Auge stecken, also ruhig. Ja. So, wo war jetzt das Rotten Flesh und so weiter? Da. Da. Da, genau. Ähm. Knochen sind da oben auch schon mal. Muss das Gold jetzt oben oder unten liegen, damit ich es rausholen kann? Äh, unten. Unten, ja. Okay. Ja. Sehr gut. Ich brauche dringend was zu essen. Schon wieder. Dann laufst du nicht die ganze Zeit hin und her. Ja. Ja. Kann ich noch ein paar. Brauchen wir mal. Ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Ich brenne paar mit rum. Ja, ja. Ja. So, eine Komplett Eisenpicke. Ach fuck, ich brauche ja noch ein Toolbinding. Das ist eine komplette Gusseisenpicke einfach. Ja, ist ja so. Wenn du das sagst, hört sich das irgendwie komisch an. Ja. Fragen, kommst du mal? Spawn dein vielleicht so oder was? Warum hört sich das komisch an? Ich bin da. Okay. Ich weiß nicht. So, höhnisch. So, mal schauen. Spawn dein vielleicht gleich was. Mal schauen. Ja, klar. Da sind es schon da. Ja, ja. Ich habe jetzt lauter verschiedene Dust dabei. Ich will ihn nicht verlieren jetzt. Snowstone. Wuuuh. Und zwei Redstone. Deswegen schneide ich dahinter, weil wir nämlich einen ziemlichen Knockback haben hier momentan. So. Kannst du übrigens auch mit deiner Pfannen ein bisschen was du machen. Und ein Zombie und noch ein Zombie. Ja. Ich habe die Pfanne nicht mehr. Babyzombie. Oh, kaputt. Ich bin runtergefallen. Ach, richtig. Dass du dir das nicht merken kannst. Ja, diese weitreichende Folgen. Hm, die Pfanne ist so geil. Ich glaube ich gestürzt mich von der Krippe. Natürlich. Das macht sie besser. Wie dieser komische Alienbaum da hinten einfach gar nicht komisch aussieht da hinten. Nein. Hm. What the fuck? What the fuck? Hm. 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 Na komm. Da, ein Fuß. Gusseisenpicke, followen. Ding. Hä? Auf jedem kommt Follower. Ach, okay. Plus 1 Bane of Earth Report. Okay. Das bringt mir so viel. Du, glaub ich, sogar hier. Weil hier war doch irgendwo eine Spinner. Hä, warum hat das Ding jetzt grad mal Mining Speed 6? Ich dachte, das Ding hat 8. Das sieht dann rot, glaub ich. Der macht's schlechter. Wie, der macht schlechter. Wenn du einen schweren Eisenstab in der Hand hast, dann kannst du nicht so gut zuschlagen, ne? Doch logisch. Irgendwie, ja. Weil so eine große Eisenpicke einfach nur schwer ist. Ach komm. Das ist Minecraft. Da brauchst du einfach einen stärkeren Arm für. Es sind Mods. Du darfst nicht vergessen. Paul, es gibt uns halt ja auch sowas. Du blockierst übrigens das Monstersborn. Nur mal so am Rande. Jaja, ich schau bloß grad, aber das wird nicht besser als Sex. Oh Mann. Könntest du aufhören zu versuchen ständig dieselben Birnen zu pflücken, obwohl du siehst, dass die nicht reif sind? Ich sah es ja eben nicht. Das ist aber gut sichtbar. Wir sind größer und auch was grüner. Kann ja noch hoffen. Sind das Ananas? Ja. Ja. Alles scheint so. Scheletten? Hm, da hinten spawnt einiges. Zwei Skelette. Ja. Und ein Zombie. Und eine Spinne glaub ich sogar auch. Ja. Wow. Alles in der Beste Ordnung. So ganz, dass da unten drunter getrieben ist. Da war nichts unten drunter. Das ist höchstens über den Rand gefallen. Wie traurig. Ja. Hm. Wie viel Iron haben wir noch? Nicht genug. Dieses Haus wird doch einfach immer schöner. Noch vier. Vier Ingots und zwei Gold. Die CD ist reif. Oben. Ja. Gut, noch eine Nacht oder zwei. Dann haben wir das zumindest schon mal.